Wissen Sie, wo Sie jetzt gerade sind? In einer Pharmastudie. Was denken Sie, was nicht mit Ihnen stimmt? Ich bin krank. Und ich bin bedeutungslos. Was glauben Sie, was verrät Ihnen diese Studie über sich selbst? Ist das eine Therapie? Es ist keine Therapie. Es ist Wissenschaft. Wenn man sie erst mal für sich erschlossen hat, die Struktur des Geistes, gibt es keinen Grund mehr zu glauben, es gäbe irgendetwas an uns, das nicht geändert werden könnte. Der Schmerz kann zerstört werden. Der Verstand kann entschlüsselt werden. Wie viele von den Probanden wurden am Ende katatonisch? Nicht einer. Grob geschätzt. Mein Verstand funktioniert nicht richtig. Und ich dachte, vielleicht können mich diese Leute in Ordnung bringen. Eine dumme Idee. Für mich klingt das überhaupt nicht dumm. Gut, Leute, legen wir los. In fünf, vier, drei, zwei, eins. Mein Verstand will mir einen Streich spielen. Es ist so eine Art multireale Gehirnmagie-Scheiße. Ich weiß nicht, was real ist und was nicht. Irgendwas stimmt nicht. Was hast du getan? Komm schon! Warte auf! Jedes Mal, wenn ich sie trenne, finden sie einen Weg, wieder zusammenzukommen. Du solltest die Menschen dort drin beschützen. Wie wäre das screams in Ordnung? Wie wäre das gespielt? Untertitelung des ZDF, 2020